Die Neue Weltordnung Die Neue Weltordnung Die Neue Weltordnung Manöver und Operationen Die Eigenschaften dieser von Gott abgefallenen Engel Zu ihren Eigenschaften gehört es, unsterblich zu sein in diesem Universum und bösartig zu sein. Die hassen die Menschheit. Und sie bedienen sich Menschen und derer Familien seit Generationen. Also die Existenz der von Gott abgefallenen Engel und ihre Charakteristik sowie ihre Verbindung zu Menschen und Gruppen von Menschen hier auf der Erde, die von den Fallen Angel gesteuert werden, ist eine vernünftige Erklärung für die Möglichkeit der Durchführung eines derartig gigantischen und satanischen Projektes, nämlich die komplette Menschheit vollkommen zu versklaven und zur Anbetung von Satan zu bringen. Und deshalb ist es wichtig, so viel wie möglich über diesen Feind, die Fallen Angel, herauszufinden und natürlich auch über sich selber. So und deshalb mache ich diese Videos hier, weil die Existenz und die Charakteristik der Fallen Angel die Erklärung dafür ist, wie es möglich ist, eine einzige satanische Weltregierung zu errichten. Und ihr könnt alle diese Videos hier runterladen und natürlich verbreiten. Damit die Menschen etwas über den Feind erfahren. Denn wer seinen Feind nicht kennt, der kann ihn auch nicht besiegen. Jeder Militär wird das bestätigen. Und wer das nicht glaubt, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen. Also jetzt steigen wir wieder ins Thema der UFOs, Engel und Nefihim ein. Und diese Vorbemerkung ist damit zu Ende.